Okay, ja, nach diesem kleinen Fehlstart gerade, äh, geht's jetzt mal weiter. Also, geht's jetzt eigentlich erst los. Ich muss, by the way, hier noch das ändern und mal den Chat generell öffnen. Das ist natürlich immer nervig, ne? Hier das mal den Titel ändern und das Spiel will ich irgendwie auch mal anders haben, ne? Am besten so einen allgemeinen Titel wäre mal gut. Und, ah, das Spiel ändern, na, muss ja auch, ne, irgendwie. So, kann ich jetzt hier, ja, also es kann sein, dass wir noch ein bisschen warten müssen. Was gerade wieder nervig war, ich hatte ja den Stream schon gestartet und wollte eigentlich anfangen. Aber wenn ich bei OBS hier versucht habe, die Szene umzustellen, ne, das geht gar nicht mehr. Ja, also, dann, wenn ich zurückstellen will auf die, dann wird die einfach nicht angezeigt. Das ist totale Scheiße. Und dann muss ich hier das mal OBS teilweise mehrfach neu starten, damit das überhaupt geht. Und ich weiß auch nicht, was das immer soll. Ja, ich hoffe mal, die Musik und alles ist jetzt an der angemessenen Lautstärke. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Ich lad mal neu. Ich glaube, hier ist wieder gar nichts zustande gekommen. Achso, ich muss ja hier erst das machen. Irgendwie so. Ich guck mal kurz was. Ich muss ja eh auch mein Handy noch laden. Das steck ich gleich mal an. Bevor ich das wieder vergesse oder so. Ah, ich guck mal. Ah, ich guck mal. Ich hoffe, wir können gleich noch starten. Es kann aber auch sein, dass ich gleich einmal wieder offline gehe und ich das Ganze hier abblase. Den Stream. Denn, ja, mal gucken. Also, es steht jetzt noch nicht ganz fest, ob ich hier gleich spielen kann. Das ist alles noch ein bisschen stressig. Nachher will auch Rietze noch gleich kommen. Also, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Zeit davor. Ja, mal sehen, ne. Aber ich muss jetzt dringend erst mal mein Handy laden. Wie schon gesagt. Deswegen auch die ganzen Nebenbei-Geräusche. Alter, kann das mal besser halten hier. So. Okay, Daniel. Na, mal gucken. Oh, ich muss, glaube, niesen. Moment. Oh, zum Glück hat es funktioniert mit dem Muten. War ja neulich schon mal, dass es einfach nicht ging. Oh, nochmal. Ach du Scheiße, ey. So, jetzt auch mal gut. Ein bisschen kann ich noch warten, aber dann muss ich auch langsam hier wieder weg. Ich kann ja mal auf Discord gehen in der Zeit. Bevor ich mich langweile. Mal sehen, was da so geschrieben wurde. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Okay, Schandy ist auf jeden Fall online. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Neulich war es ja immer, war immer auf Abwesen, glaube. Junge, ich bin ja nur noch am Niesen. Ey, jetzt ziehe ich mir hier ne Jacke an. Das reicht mir. Das kann doch nicht sein. Okay, irgendwas wollte ich neulich auch noch im Discord schreiben. Ich weiß aber nicht mehr, in welchen Channel ich wollte. Das werde ich gleich mal mir angucken. Ich hoffe, jetzt wird's besser mit der Jacke hier. Es ist nur so ne Strickjacke. Keine Fette oder so. Ich guck mal in den Chat. Da kam nix. Was ist hier? Was ist hier? Hm. Ja, das scheint nicht zu werden jetzt, glaube ich. Aber ich will jetzt ja auch nicht sinnlos weiter streamen. Da würde ich den einfach löschen. Hab eh nur rumgenießt. Kann ich ja wieder auf YouTube hochladen und dann kriegt das übelst viele Klicks. Das gab's ja mal auf Ickitz, ne? Hm. Gucken wir mal. Wie hieß das? Niesen. Ah ja, hier, 290 Aufrufe. Was auch immer daran so interessant ist. Ah, generell die Aufrufe laufen gut. Hier 31 gestern, da 11. Obwohl, das waren vorhin 12 schon. Ist mir ja zurückgegangen. Ist manchmal so verbuggt. Naja, und hier halt die ganze Zeit weniger. Deswegen hab ich mich da schon gefreut. Ich mein, hier konnte ich's verstehen. Wenn Drachenlord im Titel steht. Aber hier. Ne? Gut, bei Western kann ich auch verstehen, wenn's dann wiederum weniger ist. Was soll man dazu sagen? Ah, Moment. Hab grad ne Nachricht gekriegt. Ich hör mal kurz, was das ist. Hm. Also, wie's aussieht, äh, dauert das noch ein bisschen. Äh. Bis ich hier spielen kann, äh, das muss ich gleich sehen. Jetzt scrolle ich hier erstmal wieder sinnlos rum. Ohne was zu machen. Ist natürlich super. Ja. Ja. Ich hoffe, der Stream nimmt gleich noch eine interessantere Wendung. Ich kann mich ja schon mal warm spielen, vielleicht. Spielen, einfach online. Und dann stell ich mal ein, eine Minute. Da gibt's gar keine Animationen mehr, fällt mir grad auf. Hä, was war denn das jetzt für ein Move? Hm. Jo, damit wir heute auch mal ein bisschen Schach-Content noch kriegen, ne? Dann, moin. Ja, ist jetzt auch nicht so stark gewesen. Da kann er erstmal nicht weiter, das ist gar nicht schlecht. Scheiße. Ja, gut. Ja, jetzt kann ich diesen machen. Dann irgendwie hier hoch. Erstmal. Oh, shit. Ja, moin. Hm. Mach mal erst mal so. Random. Ah, jetzt kann er mich ja hier Schach stellen mit dem Ding. Das wär's natürlich. Ja, ist gar nicht so easy, ne? Scheiße. Ich mach irgendwelche sinnlosen Moves. Ja, das geht nicht, stimmt. Hm. Mach mal erst mal so. Jetzt könnte er den hier runterziehen. Obwohl, ne, dann wird er mit dem Pferd, würde ich das schlage. Hier kommt's eigentlich nur drauf an, wer mehr Zeit hat noch. Na, das war klar. Oh, shit. Jetzt kann ich kaum noch was bewegen. Toll. Na, super. Hey, yo. Oh, nur weil meine Zeit vorbei war. Voll unfair. Ja. Immer dieser komische Updater hier. Mann, geh weg. 12 Minuten schon am streamen. Auch krass. Hier ist ja alles aktuell, ne? Oder fehlt da noch was? Nee. Guck ich manchmal nach. Die Playlist sind auch fertig. Naja. Minecraft Western einfach. Ist auch so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin mit dem Projekt. Einfach, ne? Was da noch kommen soll und was nicht. Und... Naja. Das ist ja fast Minecraft Whisper schon in sich geschlossener vom Konzept her. Habe ich das Gefühl immer. Ah, jetzt ist er online hier. Annehmen. Ich sehe das immer so spät mit der... Herausforderung, ne? So. Jetzt habe ich mich schon mal wenigstens ein bisschen warm gespielt. Hm. Ach, scheiße. Ah, gut, dass er den nicht genutzt hat. Machen wir so. Obwohl da auch sinnlos ist. Wobei ich dann hier hin kann. Gefahren los. Ah, ne. Jetzt hat er natürlich die Dame. Scheiße. Ja, zu schnell. Hm. Müsst ihr hin. Tja, moin. Hauptsache, ich habe seine Läufer. Scheißegal. Wegen der Dame. Ich stelle den mal da hin. Neben dem König ist gut. Was? Ja, genau. Ach, das war doch eh eine Verarsche, die Partie. Was war denn das? Mal ganz ehrlich. Okay. Ach du Scheiße. Schnell da raus. Hm, vielleicht muss ich mal in meiner Öffnung auch arbeiten. Dass die einfach ein bisschen so wie geschnitzt sind. Ist ja geplant mehr. Gucken wir mal in den Chat. Ist nix. Ach ne. Das lasse ich mir nicht nehmen, den Turm. Gehen wir gleich mal da hin. Hm, ja. Machen wir mal so. Jetzt könnte er sich natürlich entweder das oder das Pferd holen. Aber ich würde ihn jeweils mit der Dame kriegen. Na, auf die Läufer muss man aufpassen, ne? Muss man ja sagen. Na, das bringt jetzt nichts, den anzugreifen. Obwohl doch. Ich will den Bauern ja schützen. Hm. Ja, jetzt kann er sich natürlich den hier holen. Was machen wir da? Hier hoch? Eigentlich ja. Ich kann ja schon mal in den Channel gehen. Irgendwie hier rein. Bin ich halt am Livestreamen. Oh. Hm. Scheiße. Dass er das macht. Naja. Hätte man für möglich halten müssen. Ja gut, was machen wir jetzt, ne? Ist die Frage. Man weiß halt nicht, ob er das tun wird jetzt. Hm. Vielleicht diesen. Ah, dann wird er das bestimmt tun. Ja. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Ah, sollte ja gehen, ne? Vielleicht gehe ich dann hier zurück. Oder soll ich eher den Zoo machen und das hier hin zum Beispiel? Es ginge auch. Hm. Viele Fragen hier. Erstmal damit weg. Vielleicht so. Mhm. Jetzt hätte er den auch schlagen können. Ne, da hätte er auch das Pferd verloren. Na ja. Äh. Es ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen schwierig. Vielleicht, ich, ich muss den klar mit dem Turm irgendwie kriegen. Aber, ja, die Figuren sind von ihm jetzt alle geschützt. Das wird schwer, daran zu kommen. So. Immer mal gucken hier. Man hört ja nicht, wenn jemand joint. Das ist immer schwer. Ich muss meine Türme irgendwie auch mal besser in Stellung bringen. Die sind immer so scheiße. Das Pferd kann ich doch aber auch da hinpacken, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schaffe erst mal Platz. Um den Turm verschieben zu können. Ich glaube, ich stelle den hier unten hin. Direkt daneben. Scheiße. Scheiße. Was war da überhaupt? Ich glaube, ein Bauer, gell? Hm. Wohin gehe ich? Dahin. Erst mal. Sonst hätte er mich jetzt direkt wieder angegriffen. Wenn ich dahin gegangen wäre, wo ich ja vorhin hin wollte. Hm. Aha, ja. Interessant. Vielleicht den erst mal hoch. Jetzt muss er das Pferd bewegen, sonst hätte ich direkt seine Dame. Also fast. Hm. Soll ich ihm hier machen? Bin ich schon die ganze Zeit am Überlegen? Ich meine, da könnte ich den hier machen, ne? Ah, den würde er natürlich direkt wegnehmen. Ja, ich habe einen deutlichen Bauern-Nachteil. Okay, er nimmt's. Dann machen wir das mit dem Pferd. Okay. Das ist aber nicht nett. Jetzt könnte ich ihn hier holen. Macht auch natürlich gar keinen Sinn. Hm. Hm, das geht jetzt auch nicht. Ja, moin. Ich kann ja den Turm hier mal hinstellen, ne? Mal sehen, was dann passiert. Oh. Okay. Naja, jetzt stehe ich gleich im Schach, ne? Wenn er den wegzieht. Jetzt wird er den wahrscheinlich hier hinsetzen, oder? Um dann den... Ne, doch nicht. Na toll. Ach, was soll ich sagen. Und jetzt kann ich nicht mal den nehmen. Hä? Ach, wegen dem Turm. Hm. Noch ist seine Dame in Gefahr. Ja, jetzt nicht mehr. Super. Das kann ich aber machen. Nee, kann ich eigentlich nicht, weil der ja im Schach steht. Scheiße. Den hätt ich ja sogar nicht wegziehen können. Gehen wir mal da hin, oder? Ich glaube, ich ziehe erst mal den König da weg. Sklaube am schlauesten. Okay. Ja, haha, moin. Wieso kann ich ihn da jetzt nicht hin? Hä? Ach so. Ja, haha, moin. Die wird mir jetzt auch noch genommen, oder? Das macht einen Spaß. Das ist richtig geil. Gut, jetzt kann er mir den Turm wenigstens nicht instant nehmen. Ja, moin. Was soll das werden? Hm. Na los, nimm mir doch den Turm. Ich werde ihn nicht mehr. Weißt du? Hm. Toll, jetzt kann ich mich nur noch durch den Turm schützen, in Ordnerweise. Tja. Na ja. Ja, geil. Das war ja immer wieder eine geile Partie. Ja. 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 naja gut dann mache ich aber jetzt mal schluss also bis später oder so vielleicht streame ich gleich noch irgendwas anderes ich muss aber mal gucken was ja ich pausier es mal genau